Mahlzeit, Freunde! Jetzt kommt, dass man nochmal Hallo und Mahlzeit gleichzeitig sagen will. Ja, jetzt mal hier schön Kaffee gemacht. Und hier, neues Spielzeug bekommen, eine weitere Möglichkeit Feuer zu machen. Ich habe ja zweimal so einen Feuerstahl dabei zum Spielen, aber das ist natürlich auch eine interessante Geschichte. Diese Feuerpumpe und Bushcraft Essentials hat hier dieses alte Konzept aufgegriffen und neu umgesetzt mit noch ein paar coolen Featuren. Hier sehen wir mal die Verpackung, Feuerpumpe, BE steht für Bushcraft Essentials, interessant, Feuerstahl inklusive, also man hat da gleich zwei Methoden dafür, hier ist eine Bedienungsanleitung, sehr gut, die faszinierende Methode Feuer zu machen. Mit wasserdichtem Zunderbehälter, mit für einen optionalen Feuerstahl, doppelt abgedichtet Entlüftung, vier Ersatzdichtungsringe, Jawohl, Bushcraft Essentials, Zunder, Feuerstahl, Entlüftung, cool, gucken wir mal rein. Die sind auf jeden Fall schon mal super hochwertig verpackt. Oh ne, die Kamera, wo ihr das aber seht, hier, eben auch. Boah, massiver Eindruck, hey. Was ist da noch drin? Eine Bedienungsanleitung. Funktionsprinzip, Zunder, Verwendung, Feuerstahl, Zunder, Verhaltenshinweise, in Deutsch und in Englisch, sehr schön. Ah, hier sind die Ersatzdichtungsringe. Okay, jetzt machen wir mal schön alles wieder hier rein, dass da nichts verloren geht. So, massive, massive Alu-Ausführung, aus dem vollen gefräst. Hier haben wir den, da merkst du, brutal. Wie so eine Fahrradpumpe früher, wenn man zugehalten hat, bloß viel stärker. Massive Wände. Hinten drin, ist hier so ein Geheimfach. Für... Ah, ein Stückchen Zunderschnur drin. Sehr schön. Sauberes Gewinne-Dichtungsgummi. Geil. Hier hinten musst du aufschrauben. Damit du den Herzzylinder ganz einführen kannst, sonst kriegst du den nicht rein. Oh, ebenfalls eine Gummidichtung drin. Geiles Gewinne. Und dann hast du hier das Ding jetzt zusammengepackt. Ist ja cool. Boah, massivste Ausführung. Da könnte ich immer die Taschenlampenhersteller mithalten. Die ja auch die ganzen Gehäuse aus Alu bauen. Aber hier, das ist dickwandig, du mein lieber Scholle. Schön gefettet alles. Boah, ist das ein... Ist das ein Ofenrohr? Da sind mehr drauf. Bushcraft Essentials Feuerpumpe. Mit der Webadresse bushcraftessentials.com Geil. Und, ach so, ja genau. Wenn das nicht funktioniert, war doch noch hier in einem Geheimfach... Ah genau, den Deckel kann man hier wegschrauben. Ist das krass gemacht? Ja, das ist die geniale Idee. Wenn alle Stricke reißen, ist ja noch ein Mini-Feuerstahl mit drin. Den du dann nehmen kannst und noch... Ah... Hier... Feuerschabsch. Ein paar Funken schlägsch. Ja, das nenne ich optimale Ausnutzung. Von jedem Raum, ne. Auf der einen Seite der Zunder drin versteckt. Und hier in dem Pumpzylinder auch noch ein 90 kleiner Mischmetallfeuerstab. Tja, das hat man mit einem Werkzeug... zwei Möglichkeiten Feuer zu machen. Da ist noch ein schönes Lanierthal eingelassen. Brutal, ne. Einfach nur hier draufklopfen. Dann soll da drin so Hitze entstehen, dass es dir mal so ein kleines Zunderschnürchen voll anzündet, ne. Komm, das probieren wir es doch gleich mal. Das probieren wir doch mal, ne. Nehme mal ein bisschen von mir mitgelieferte Zunderschnur. Nein, ich habe keine mehr. Einmal ein Stückchen. Zum Demonstrieren, ne. Ich habe jetzt leider keine Schere da dran und da sollen wir ein Stückchen abzuschneiden. Dann rubbeln wir uns halt hier mal ein Stückchen runter. Aber Ersatzzunderschnur gibt es ja auch bei denen im Shop. Die stellen die übrigens selber her. Ich weiß nicht, wie... Geht das gut ab. Keine Ahnung, ob das reicht. Habe ich auch noch nie ausprobiert. Ich habe es jetzt mal mit Feuer schlagen versucht. Das funktioniert eigentlich ganz gut. So, jetzt probieren wir mal dieses Teilchen hier oben rein, ne. Ich weiß nicht, ob das reicht. Bleibt hoffentlich drin liegen. Reicht ja schon, wenn wir da dann Funken sehen. Dann setzen wir das hier hinten noch rein. Und haut dann mal ordentlich zwei, dreimal drauf, ne. Ja, soviel zur Theorie. In der Praxis müssen wir noch ein bisschen üben. Oh. Was tatsächlich funktioniert, ist ja irre. Seht ihr das? Das funktioniert ja hammermäßig. Und jetzt das Ding natürlich dann rausnehmen. Vorsichtig in ein Zundernest, ne. Ey, abgefahren. Das funktioniert ja umwelten einfacher. Wie das Feuer schlagen zum Beispiel. Weil da brauchst du immer noch einen Feuerstein dazu. Einen kohlenstoffhaltigen Stahl. Und einen Zunder. Wenn du hier die Feuerpumpe hast, findest du immer irgendwo welches Zundermaterial, ne. Tja. Die neue Feuerpumpe von Bushcraft Essentials. Eine neue, interessante Art. Was heißt neu? Neu interpretierte, interessante, alte Art Feuer zu machen. Aber noch mit ein paar coolen Zusatzfeatures. Wie Zonderfach und Notfeuerstahl. Link packe ich mal drunter. Müsst ihr euch mal reinziehen. Coole Geschichte. Und beim nächsten Mal werden wir draußen mal die olle Bushbox mal damit anfeuern. Mal gucken, ob wir das mal hinkriegen, ne. Mit der Feuerpumpe. Also, ich krieg jetzt noch schön mal einen Kaffee. Und dann schaue ich noch einen schönen Mittag, ne. Tschau Leute. Schau Leute. Ah, das ist mir mal die große. Lass ich vor allem heute hier. Schau. Schau.